Hallo, ich bin Rita und ich habe euch heute das Buch Die fünf Sprachen der Liebe mitgebracht. Gary Shepman, der es geschrieben hat, ist dem Geheimnis von einer erfüllten Liebesbeziehung auf die Spur gekommen. Wie, fragt ihr euch? Naja, indem er entdeckt hat, dass wir anders, jeder anders Liebe empfangen und geben. Und das erfolgt in fünf Sprachen. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr habt ein Geschenk für euren Liebsten gekauft, vorbereitet, gebastelt. Ihr verpackt es aufwendig und freut euch schon auf den Augenblick, an dem ihr das Geschenk übergebt. Eure Liebste oder euer Liebster packt das Geschenk aus, guckt auf das Geschenk und hebt die Augen hoch und sagt Danke. Und das war's. Und genau da setzt dieses Buch an. Denn der eine spricht vielleicht in der Sprache, jetzt verrate ich ein bisschen was vom Inhalt, in der Sprache der Geschenke und der andere in der Sprache der Zweisamkeit. In diesem Buch gibt es auch einen super tollen Liebessprachetest, den ihr machen könnt für euch und für euren Partner, den ihr dann gemeinsam austauschen könnt und gemeinsam in Angriff nehmen könnt, eure Kommunikation zu verbessern. Ich habe euch heute vorgestellt, die fünf Sprachen der Liebe erschienen bei Franke. Diese und viele weitere Angebote in unseren Filialen oder auf alpha-buch.de D215-T D205. D205. Untertitelung des ZDF, 2020